Hallo Leute, da sind wir wieder bei DC Overpock und es ist ein bisschen eine komische Ansicht von hier, aber ich habe noch 93 Blut. Ja, wir nehmen das wieder auf mit dem Koala natürlich. Hallo. Und dem Waralor. Guten Tag. Und die stehen und ich sitze, ne ich liege. Ja und wir stehen jetzt auf und gehen da hinten ins Minical Ding. Ja. Äh, ich warte kurz, ich gebe dir noch was zu essen. Das ist doch schon mal nett. Ich muss... Siehst du vielleicht ein bisschen mehr? Was ist das? Pistazienbohnen. Mal gucken, ob es was bringt. Der arme Kerl hustet und heiliges bisschen. Wir sind jetzt aber wieder auf einem neuen Server, weil wir auf den alten irgendwie nicht drauf kommen. Ja, irgendwas geht da nicht. Aber das soll ja nicht unser Problem sein. Wir tun jetzt da vorne das Medical Center, versuchen zu klären. Und jetzt sind die Zombies nicht mehr die einzigen Probleme, sondern auch andere Spieler. Ja. Das ist zwar ein PvE-Serverstand da, aber den Waralor und den Koala haben sie als erstes gleich mal Chancen. Also geh mal, geh mal, bevor irgendwie mit einer Sicht des Ding das Ding holt. Okay, führe uns, ich habe keine Ahnung wohin. Gerade aus, sag mal gerade aus. So, warum habe ich denn jetzt nicht mal mehr die Anzeige, wie viel Blut das ich habe? Heißenberg ducken. Wie geht denn das? Lohnt sich das noch bei meinem Gesundheitszustand? Ja, wir müssen sich da nicht wissen. Dann überlebst du es eher. Ich zittere und schwarz-weiss. Ach so, wenn ich schnell renne, dann geht es wieder weg. Aha. Hä? Was geht weg? Bei dir war ich... Ich renne einfach nur. Na gut, das stimmt. Was geht denn weg? Kann ich nichts machen. So 170 Meter noch. Ah, da sind sie. Ich verrate die alleine schon mit dem Gehuste, die hier mein Knabe hat. Ich glaube, da rennt ein Spieler rum oder sind das... Ne, ist ein NPC, oder? Ich kann es nicht erkennen. Ob das Spieler oder NPC sind. Oh, je, je, je. Na, ich tippe mal, das sind... Das ist KI, aber ja, auch die kann schießen. Hm. Ja, ja, gut. Viel zu treffen gibt es bei mir nicht mehr. Äh, wie viele sind da? 1, 2, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Sehe ich. 5, circa, ja. 5, 6. Das sind schon ein paar. Oder hinter dem Fahrzeug sind vielleicht noch ein paar mehr, die sehe ich nicht. Da rennen aber auch welche rum. Oh, Mann, ich treffe nur... Ich versuche schon gar nicht zu schießen. Das ist ja echt mit dem Gezittere. Ich rob mal näher ran, mal gucken. Oh, danke. Wenn die habe ich wieder aufgestanden. Huch. Das ist aber mutig von dir hier aufrecht rum zu rennen. Ey. Das ist nicht schwer zu treffen. Ja, mit der Pistole ist ihm los. Ja, was soll ich machen? Ja, nee, ich habe bei mir gemeint. Achso, du bist auch mit der Pistole dran. Okay. Ich muss die Waffe wechseln. Okay, Munition habe ich auch keine mehr. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ich habe einen auf jeden Fall getötet. Ja, einen habe ich auch. Äh. Oh, oh. Ja, geil. Alter, wollte ich mich verarschen? Wo kam das her? Wo lagst du? Ich lag im Gras so ein bisschen rechts von euch. Die haben einfach nur einen Schuss zacktot. Die ganze Zeit haben sie nicht auf mich geschossen, plötzlich einmal zacktot. Ja, Gras reicht natürlich nicht. Du musst ziehen nach einem Baum oder irgendwas. Wobei der auch... Ich bin gerade wieder vom Baum vorgekommen. Ah, da. Okay. Ich riskiere es. Ich renne zu gerade. Ich habe noch ein ganzes Magazin und eine tolle Waffe. Jetzt steht der Knie dich auf, wenn ich hier... Sie haben mich getroffen. Oh, ich höre dich schreien. Ich glaube, unser kleiner Krankenhausbesuch endet tödlich. Vermutlich, ja. Ja, ich kann eh nichts mehr machen. Ich habe keine Waffe. Beziehungsweise keine Munition. Ich bin tot. Das ist super. So, mal gucken, ob ich euch blühen noch kann. Ja, ich wollte es gerade looten und dann... Headshot. Ja, okay. Das ist aber auch idiotisch, wie man hier... ...offen dasteht. Hinlegen, hinlegen, hinlegen. Das muss irgendwie anders gehen. Ich bin gespannt, wo ich spawn, weil da stand irgendwas mit mir... ...ein paar Polato oder paar Looter. Jetzt da, wo wir waren. Voll, ne? Und spawnt man vielleicht da immer wieder in der Nähe. Das wäre geil. Das wäre cool, ja. Also, mit welchem Char? Ersten. Ähm. So. Ne, mit zweiten. Geht der bei dir schon wieder? Das ist gerade... Oder hast du gerade den dritten genommen oder so? Ne, ich habe den gleichen genommen, wie ich gerade eben. Okay. Okay, okay. Ah, ne, jetzt heißt es wieder, wo ich spawnen kann und wo nicht. Mach, 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 mach. So, habe ich hier schon wieder. Jetzt habe ich wieder. Jetzt könnte ich wieder. Nein, ich habe... Was könntest du? Ja, jetzt habe ich euch... ...so weit Skil gelootet, aber ich brauche irgendwie... Äh, Warenlohn? ...erst mal essen. Bist du schon im Spawning? Ich lade es kriegen kann. Aber ich habe schon schon Ruhr ausgewählt und so. Dann warte ich eben. Weil ich kann jetzt, äh, nicht am, am Osten spawnen. Ich kann nur im Westen und im Süden. Das ist ein bisschen doof. Hm, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Oh, ich auch. Okay. Okay, wo soll man spawnen? Pogorevka? Pogorevka, ja. Die suchen mich. Jetzt fahre ich mit deine Ohrmacht. Es ist ja zum Heulen. Sehe ich dich hier irgendwo, das wäre halt nice. Ich sehe dich nicht. Wach auf, du Ulpe. Ist sie aber auch nicht mal den Boden, also von denen. Ja, ich auch nicht. Falschirmsprung. Oh, ich sehe es im Boden. Guck mal nach dem Auto. Ähm. Ich muss doch mal landen, sagt man so. Siehst du so einen kleinen See? Ja, Mann. Jetzt ist es umgekehrt. Ja, lass uns da treffen. Okay. Das ist aber auch mit diesen Kurzelwaffen hier. Wo siehst du mich? Ich werde zu einem anderen See geflogen. Echt? Es sind mehrere. Ah. Ich komme dir entgegen. Ja, guten See ist es nicht, dass er im Teich, ne? Mann, was ist das für eine Knarre? Man trifft ja überhaupt nichts. Ja, ich musste meine Grafikleiter wieder runterstellen. Ich frage mich auch nicht. Und das ist nur bei Arma 2. Bei mir ruckelt das gerade total, obwohl ich weiß, ich 30 Frames habe hier. Ui, wie? Hallo? Hä? Der wollte nicht landen. Was für ein Stress hier. Trinkwasser, das ist Trinkwasser. Hä? Das hier? Das Wasser ist kühl und schmeckt etwas schal, aber dein Durst ist gestillt. Was du das? Ja. Okay. Ah, hier. So, jetzt hat immerhin das Zitronende, nachdem das endlich geklappt hat mit dem Schmerzmittel. Ne, doch nicht. Er zittert immer noch. Heiliges bisschen. So bescheuert. Ein bisschen. Geh mal. Alter, warum habe ich keine... Boah, vorhin, weil ich es verdacht war, hatte ich einen Standard, eine MG. Ja, ich habe jetzt hier so ein Ding. Ja, ich habe jetzt... Alter, warum habe ich Survivor genommen? Ja, eben, da habe ich es nicht mehr genommen. Ja, sag mir doch sowas. Ey, sag mal, kommt ihr nochmal oder lasst ihr mich hier zurück? Wir können dann nicht mehr spawnen. Ach, du Scheiße. Äh, ja, warte mal, wie weit sind wir denn davon weg? Weit. Äh, ja, Scheiße. Ups. Warum der Vogel immer noch zittert, nachdem er Schmerzmittel genommen hat, kann man auch keiner erklären. Ich sage, wir gehen mal... Äh, wo bin ich jetzt hingerannt? Ich bin es tätig, ich habe das schon gehofft. Ich würde sagen, wir gehen hier mal schnell in die Stadt rein, oder? Ja, gehen wir schnell in die Stadt rein. Äh, da. Nützt auch nichts. Immerhin schiessen sie nicht mehr auf mich, ich glaube, die haben... Soll mal, laufen wir im Sumpf oder sowas? Ne, hier ein Codex. Schiessen nicht auf Leute, die halbtot sind. Dann schiessen doch, versuch die zu töten. Versuche ich ja. Aber mit dem Gezitter. Ja, dann nimm doch Schmerzmittel. Mach ich doch, habe doch genommen. Zwei Stück. Zittert immer noch. Mehr, mehr, mehr. Aber ich hatte ja vorher noch... Jetzt falle ich wieder an die Ohnmacht, okay. Lauf bei dir. Ich hatte vorhin irgendwie ja noch 80 Blut, also das kann ja nicht gesund sein. Oh, jetzt wurde er getötet, okay. Gestorben an den Spätfolgen. You are dead, you will not be missed. Puh. So, was muss ich nehmen, damit ich eine Knarre habe, eine schlaue? Rocker. Rocker, stimmt, war ich ja schon. Aber das ist auch eine völlig beknackte Knarre. Gibt es nichts Besseres? Was hat ein Soldat? Ähm, auch irgendeine MG, keine Ahnung. Die ist auch ziemlich gut. Ich muss mal gucken. Erstmal zur Auswahl kommen da. Ja, falls sich jetzt jemand fragt, warum wir die Aufnahme anfangen, während wir eigentlich alle schon fast halb tot sind. Das ist so eine Sache, wenn man sich hier wieder mal versucht zu finden und alle auf dem Weg dahinter halb aufgefressen werden von den Zombies. Dann endet man da mit jeweils 80 Blut. Ja. Ja, da kann man nicht viel machen. Naja, 80 Blut, das war jetzt nicht mehr viel. Das schafft nur der Eisenberg. Ja, siehst du. Ich hatte noch 8 oder 9000, also. Ja. Äh, ich auch so. Aber da hat ein Kopfschuss schon gereicht. Ja, ich weiß. Ich bin an Altersschwäche dann gestorben. Ui. Ja, die Karre funktioniert bestimmt noch. Ah! Hast du ein Auto gefunden? Komm nicht rein. Hat jemand als Base benutzt? Hm. Die Kirche veruntreut. Oh! So, wo muss ich spawnen? Äh! Leute? Äh! Hm. Äh. Äh. Nein! Abgeschlossen. Hallo. Warum darfst du mich? Äh, wie heißt die Stadt hier? Äh. Die verfolgen mich. Guck du mal auf die Map. Wie die Stadt heißt. Okay, jetzt. Rennt doch nicht in meine Richtung. Jetzt gehen die gleich auf mich. Ja, aber. Alter, jetzt haben sie mich wieder gehittet. Na? Diese scheiß Zombies. Ich hasse sie. Äh. Fuck, wo sind wir? Pogowo. Oder? Ja, schönen Dank auch. Hä? Ich hab mich nämlich getroffen. Pogowo. Meinst du? Ich hab mal Deutsch was sagen können, dass die da sind. Ich schieße da schon. Pogorefka meinst du? Ne, Pogowo. Mann, ey. Was soll das denn sein? Pogorefka gibt's hier. Dann gibt's hier noch Prigoro. Aber das, was du sagst, gibt's nicht. Gibt's nicht. Was, wie soll das heißen? Pogoro. Pogoro. Pogorefka. Eben, zeig ich doch. Ne, Pogowo. Wir sind Pogorefka. So, machen wir mal Ground. Ja gut, aber da drüber ist, äh, Pogoro, Rogoro, alter, ey. Na. So, ich würde euch helfen kommen, wenn ich wüsste, wo ihr seid. Wir haben's schon gelöst. Ich hab grad so den Drang, dir den Kopf wegzuschießen. Oh, ich brauch Schmerzmittel. Mach's, ich glaub, ich bin schneller im Abzug. Ich glaub nicht. Das zieh der Fall in die Nase. Trinkwasser? Ähm, ich kann dich nicht mehr anziehen. Jetzt. Ah, der Brunnen. Okay. Aber ich brauch jetzt kein Trinkwasser, ich brauch jetzt. Oh, Alter. Ne Angabe, wo ihr seid. Pogoro. Da bin ich auch. Wir sind mittendrin in der Stadt. Da bin ich auch. Nee, bist du nicht? Nee, bist du nicht. Hörst du die Schüsse? Nee, ich hör nicht mal die Schüsse. Äh, es ist, man kann nicht mal nicht. Ich hab nicht mal ich gehört. Kunde auf die Webco. Ja, dann schieß du mal, Alter. So, jetzt hab ich geschaut. Äh, nee. Ist du nicht? Ey, siehst du irgendwo eine Kirche oder so? Goldenes Dach. Moment, ich muss Gott. Ja, ein goldenes Dach. Man kommt auch nicht zum Verbinden. Man kann gar nichts machen. Das ist nicht sehr Let's Play freundlich. Hier, diese Map. Du bist in der Kampf und ich kann nicht repacken. Ja, Morsi. Na, der Schwinde, wirst du sie als Freund markieren. Nö. Ja, man will ihm helfen mit, äh, siehst du eine Kirche? Nö, nö, keine Antwort. Ja, ich bin selber gerade, ich muss mich verbinden und wurde gerade von Zombies. Ja, lass doch mal stehen. Ja, jetzt stehe ich. Bist du. Achso. Sehe ich eine Kirche? Nee. Sehe ich nicht. Leider. Wo ist denn hier Heisenberg? Hier unten? Oh Gott, wo hab ich denn hier gespawnt? Ich bin auch nicht in Pogorewka, ich bin in Pulkorfs. Sehr gut. Ja gut, dann können wir den nicht helfen. Nee, aber dann renne ich mal nach Pogorewka. Verbunden wäre ich, das Blut geht wieder rauf. Und die Knarre, die man als US-Soldier hat, die ist um Länge besser, wie die, die man als Rocker hat. Das ist immerhin eine M4. Das andere ist so, keine Ahnung was das ist. Man trifft jedenfalls nichts damit. So laufe ich richtig? Kann der mich nicht fahren. Womit kannst du nicht fahren? Mit dem Auto. Das war ein bisschen angerossen. Ist... Ich mach mich eh. Nur eine kleine Stelle, ey. Ich mach mich eh. Die rennen hier übelst schnell, die Zombies. Und vor allem, du bist kaum, Kammerst, expound, hast du 5, 6 am Nacken. Äh, wo bist du, war er noch? Hier am Haus. Ich muss noch weiter. I. Stimmt denn das? Jetzt stimmt's. Was, I? On my way. Letztlich. Letztlich. Haha. Ich muss es ja aufhaben. Hör auf zu zappeln. Es lebt noch. Hey. Letztlich. Er kriecht halt weiter. So voll dick. Kein Krobenpass. Voll dick. Äh. Oh, na, na, äh. Oh, schon wieder so ein lästiger Hund. Okay. Ich schieße dir den Kopf weg und er stirbt nicht. Das müsste wohl Poco-Refka heißen. Aha. Ein Kilometer rechts. Okay. Jetzt kommen wir auch noch. Aha. Warum verschwindest du deine Milizierung? Warum nicht? Na? Nachladen. Ich möchte jetzt sagen, hier gibt's nur. Heiliges Päßchen. Wir sollten uns mal irgendwo verkriechen, damit wir die Folge wenden können. Okay. Das wird eh noch zwei Minuten dauern. War es das verkriechend? Ja. Ja, verkriecht mal. Ich renne mal derweil Richtung Poco-Refka. Doch, jetzt stimmt's. Jetzt habe ich sogar eine Strasse gefunden, die da hinführt. Jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Eigentlich. Ja, dann stosst Bescheid, wenn ihr euch verkrochen habt. Ja. Wir haben noch welche in der Backe. Mhm. Warerleu. Das wird nichts bringen hier. Nee, ich hab mal geguckt. Ja, manchmal kommst du schlicht nicht dran vorbei, dass du die killst. Echt, weil du, die wirst ja fast nicht los. Die haben ja das gleiche Tempo wie du. Also wenn sie rennen, sind sie gleich schnell. Die kannst du nicht mal abschütteln. Durch Tannenbäume kannst du abschütteln. Das habe ich vorhin die ganze Zeit gemacht. Fahrt! Boah, geil. Wir könnten ja auch einen fliegenden Wechsel machen, so. Kurzschluss sagen, gleich weitermachen. Das wäre vielleicht gerade das Beste. Äh, ja. Nehme ich mit. Geht doch nicht, oder? Hinten da raufhocken. Alle da wieder bremsen. Ja, können wir mal. Dann machen wir hier einen Cut. Und sind in der Sekundenfrist sozusagen wieder zurück. Da vorne sehe ich meine beiden Kumpel, sehe ich schon. Da kommen sie angerannt. Ja, hallo. Und er hat einen Radl. Na, guck mal, immerhin. Ja, und schon fährt er wieder alle tot. Kaum hat er was unterm Hintern, macht er alle tot. Ja gut, dann machen wir hier den Cut und sind gleich wieder zurück. Bis dann. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.